Hier bist du. Ich hab dich überall gesucht. Weißt du eigentlich, was ich mir für Sorgen gemacht hab? Ich dachte, mich will keiner haben. Quatsch! Okay, es tut mir leid. Ich wollt nicht, dass sowas passiert. Du wolltest mich verletzen. Ja, ich... Ach, nein! Keine Ahnung. Ich bin, glaub ich, einfach echt keine besonders gute große Schwester. Und erst recht keine Erziehungsberechtigte. Das stimmt. Hallo? Ich versuch hier, mich gerade bei dir zu entschuldigen. Gut, pass auf. Ich bin manchmal echt ein riesen Hitzkopf. Und dann bekommst genau die Leute in meiner engsten Umgebung ab. Und das sind dann meistens die, die ich besonders lieb hab. Ja, aber du kannst doch nicht mit allen Menschen so umgehen, wie es dir gerade passt. Du hast mich echt verletzt. Und wenn du möchtest, dass unser Verhältnis zueinander besser wird, musst du deine Einstellung ändern. Ich bin gerade mal zwölf Jahre alt. Und ich weiß, ich bin schon fast erwachsen. Aber ich möchte nicht allein erwachsen werden. Okay, wow. Wer von uns beiden ist hier die große Schwester? Gut. Ich werde versuchen, mich zu bessern. Ich werde dich nicht mehr enttäuschen. Versprochen. Ich hab dich lieb, Kleine. Ich tue dich auch. Und dann habe ich,.